Jo meine Freunde was geht, ihr habt mir mal dieses Video hier empfohlen Meliodas, kenn ich tatsächlich gar nicht Ist auch schon wieder einen Monat alt Ich hab mir heute mal gedacht, dass wir in den nächsten ein, zwei Streams mal so ein paar ältere Videos auch gucken Weil, wie ihr seht, wir gucken Videos, die halt schon voll eins sind Ich will hier aber trotzdem drauf reagieren, weil mich das Thema interessiert, aber man kommt nicht drauf Gerade auch jetzt, wo ich viel GTA-IP spiele, reagiere ich halt nicht mehr so viel Weiß, ihr habt lange warten müssen Du bist vor ABK keine Angst, naja, alles andere wäre auch lächerlich gewesen Ja, ich warte, und ich warte, und ich warte Ah, er feiert Dragonball, wa? Ich will doch mal wieder Dragonball anfangen zu gucken Sorry, hat was gedauert, los geht's Yo Meliodas wieder am Start, heute das Power-Level zu deutschen YouTubern Wie ihr wisst, hab ich das ja schon länger Ist das Just Nero im Dragonball-Universum, oder? Ich werde es mir heute einfach machen und die YouTuber nach Abonnenten scalen Dann werde ich zu jedem mal meine Meinung sagen, denn auch wenn es viele nicht wissen, ich bin ein mega YouTube-Suchti und zieh mir so gut wie alles rein Auch kleinere YouTuber werden heute dabei sein, damit die ein paar Abonnenten machen können Wir wissen ja alle, wie schwer es ist, groß zu werden Falls ich ein paar zwei raushauen soll, schreibt es in die Kommentare und dazu dann auch, welcher YouTuber unbedingt ins Video gepackt werden muss Fangen wir an mit Netflix, dieser Kanal informiert euch primär über das Geschehen in der Rap-Welt Ich dachte, es ist nur ein Netflix-News-Kanal Yo Leute, und heute neu am Start Wenn ihr nicht auf iranische Schönheitschirurgen angewiesen sein wollt, dann kann ich euch diesen Kanal herzlichst empfehlen Ich glaube, das haben jetzt nicht alle verstanden, aber ist auch nicht so wichtig Es finden aber auch Infos abseits des Mainstreams auf diesem Kanal statt Ist halt mal was anderes und man wird immer gut unterhalten Dieser Kanal hat zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos 9.680 Abonnenten Ach so gut, dass das Power-Level war Ich hätte es cool gefunden, wenn er wirklich so ein Video macht, wo der so 10 YouTuber zusammenpackt und die dann wirklich so nach, so Ranked, sag ich mal, ne Nach so, nach, so Kampfkraft, sag ich mal, so wie gut er die hat 10.000 sind also in greifbarer Nähe gekommen, also gönnt den Bruder By the way, alle, die heute im Video erwähnt werden, sind in der Videobeschreibung verlinkt Der nächste freshe Boy wäre Oxcart Er hat zu diesem Zeitpunkt 17.100 Abonnenten und hat sich damit eine kleine, aber feine Community aufgebaut Oxcart ist da Ja gut, ich glaube, da könnt ihr euch auch vorstellen, was ich von ihm halte Ich finde den halt cringe, alleine das letzte Video, was er halt gemacht hat, ne Ist halt klar, so ein... Kein kluger Mensch einfach, muss man sagen, bei dem, was er da so von sich gibt Aber sonst... Also ich kann ja auch mal meine Meinung zu den Leuten sagen Den ersten kenne ich ja leider nicht, deswegen konnte ich da nichts sagen Jetzt bei dem haben wir uns ein Video angeguckt Ich hab schon in der Vergangenheit zwei, drei Videos von ihm gesehen Ich kann mit ihm wirklich einfach gar nichts anfangen Ich find den halt lächerlich So, was soll ich euch dazu sagen Na, wenn man den feiert, okay, dann ist das halt so Damals wegen seinem Schweinefleisch-Experiment ziemlich bekannt geworden Hat aber eine Weile später mal eine extrem lange Pause gemacht Keine Ahnung, Bro, wie lange du weg warst Ein Jahr, zwei Jahre, wirklich gar keine Ahnung War aber lange Umso mehr hat's mich gefreut, dass der Boy wieder back ist Man kann ihn ebenfalls als Meinungsblogger beschreiben Er gibt halt zu unterschiedlichsten Themen seine Meinung wieder Ob's jetzt um Randall aus Disneys große Pause geht Oder welcher Eissee ihm am besten schmeckt Auf dem Kanal findet ihr seine ungeschönte Meinung Deshalb unterstützt den Bruder auch gerne mal Der nächste ist ein Urgestein der Hip-Hop-Welt Und zwar Roos Mit seinem YouTube-Kanal Roos World Mit 51.400 Abos Kurz mal nebenbei, ich hasse dieses Dreckswort Es ist einfach so schwer auszusprechen Für mich zumindest Vor allem, was sind das eigentlich für Linien Wie viele Abonnenten sollen das mal zeigen Oder ist es zufällig? Ich dachte erst, okay, das sind 10.000 Aber es sind ja 20 passt auch nicht, weil 50 ist Das passt irgendwie gar nicht Roos war ständiger Interviewer für Hip-Hop.de Damals ist er von Ort zu Ort gereist Um nahezu jedem Rapper mal in einem Interview die Möglichkeit zu geben Er wechselt von Ort zu Ort, ich von Ort zu Ort Was zu sagen Der Typ hat kaum geschlafen, weil er so viel gearbeitet hat Hat sich aber gelohnt Jetzt mit seinem Kanal Roos Welt Greift er Themen auf, die ihn interessieren Es muss nicht unbedingt mit Hip-Hop zu tun haben Ich finde Roos ziemlich cool und seine Meinung oft on point Auch der ganze Beef mit Bruce Nitsch oder dem iranischen Schönheitschirurgen Ist Unterhaltung pur Und hier sehe ich auch ganz klar Roos im Recht Es gibt aber auch wirklich wichtige Dinge im Leben Und eine der wichtigsten ist halt die Gesundheit Und da Roos gerade relativ krank ist Und nach einer Spenderniere sucht Hoffe ich Echt? Dass alles schnell klappt Oh, das wusste ich gar nicht, Digga Da auf jeden Fall dann alles Gute Bin da in einer Rap-Welt leider gar nicht drin Ja, Roos hat ja glaube ich auch Ne, das war gar nicht Roos Das war gar nicht Monte interviewt Das war wieder ein anderer Ähm Ja, Roos ist auf jeden Fall auch sehr sympathischer Typ Also ich bin jetzt ja generell im Rap-Game halt nicht so wirklich drin Ah, Roos hat Äh, Arafat uns interviewt Das habe ich gesehen Ähm Er macht das schon sehr cool Ich finde auch sehr respektvoll so Also ich hatte Zumindest das Gefühl Ich bin jetzt nicht so krass drin Das könnt ihr wahrscheinlich besser beantworten Aber bei ihm habe ich das Gefühl Dass egal Ob er jetzt einen Künstler halt mag oder nicht Ob er den feiert oder nicht Ist er immer sehr neutral halt auch gewesen Also ich hatte jetzt Wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen so Aber ein bisschen was hat man sich auch früher immer mal angeguckt so Und laufen gelassen so Ich hatte bei keinem Interview so das Gefühl Dass er jetzt jemanden So krass fertig macht, sag ich mal Oder dass er jetzt so bei einem viel mehr negative Fragen stellt als bei dem anderen Sondern das war immer so sehr respektvoll irgendwie bei ihm Das habe ich immer sehr gefeiert Ja Du wieder auf die Beine kommst Alles Gute Der nächste ist Marvin California Oder auch Marvin RevueG Stabiles Wortspiel by the way Aber er ist auch unter dem Pseudonym Mr. Bogota bekannt Er hat 48.900 Abonnenten auf seinem RevueG Ah, okay, schade Jetzt dachte ich, dass ich das nach Abonnenten hochstaffe Digga, das Video triggert mich Das Video triggert den Autisten in mir Also erstmal diese Diagrammlinie machen überhaupt keinen Sinn Und warum ordnest du die nicht nach Abonnenten? Äh, das sieht doch jetzt einfach scheiße aus, Mann Oh Mann, ey Den anderen betrachte ich jetzt nicht Weil der eigentlich gar nicht mehr aktiv geführt wird Marvin ist einer der stabilsten Hip-Hop-Journal Nein, was bist du jetzt eigentlich? Einen Journalisten kann man dich jetzt nicht nennen Ich würde sagen Marvin hat heute gepostet 60k auf dem Hauptkanal Das ist sein Hauptkanal, ne? Glaube ich Ich bin halt im Rap-Ding halt nicht drin Deswegen bisher drei von vier Kanälen haben halt was mit Rap zu tun Da bin ich, wie gesagt, halt nicht so drin Aber Marvin California auch sehr korrekter Typ Also wir hatten ja lustigerweise mal so vor Ich glaub zwei Monaten oder so Hatten wir immer, vor zwei Jahren oder drei Jahren Hatten wir immer so ein Beef Das war ja mein erster Gast in Kaffee und Kuchen Wo ich noch gar nicht die Qualität dafür hatte Das waren auch auf jeden Fall wilde Zeiten, muss ich sagen Und ich find den cool Also ich find den mega sympathisch Der war ja auch hier in Braunschweig Wir haben ein bisschen mit dem getrunken und so War auf jeden Fall sehr nice Sehr sympathischer, cooler Typ Wir wollten auch irgendwann mal wieder irgendwas machen Das hat sich irgendwie bisher nicht ergeben Wir hatten auch mal vor, ein Video zusammen zu machen Wir haben auch eigentlich schon ein Thema Aber irgendwie haben wir auch da bisher Noch nicht so wirklich durchgezogen Aber vielleicht in Zukunft Ein Hip-Hop-Meinungsmacher Beziehungsweise Bewerter Ja, einer der stabilsten Hip-Hop-Meinungsmacher der Szene Ich meine, es gibt unfassbar viele Die dich gerne über diverse Themen der Hip-Hop Wenn du immer noch erredet, langsam Jetzt macht er ja eher so Streams, ne? Das geht Dein erster Gast war Tanzverbot Aber ich hab glaube ich Marvin zuerst hochgeladen, oder? War das nicht so? Oder war Marvin der zweite? Ich weiß gar nicht Wenn er etwas Kacke findet Dann sagt er es auch Auch wenn viele andere gerne auf dem Mainstream aufspringen Und künstlich alles abfeiern Das ist aber wiederum absolut nicht mein Fall Denn ich meine Man kann nie alles gut finden Und man kann nie jedem gefallen Das ist normal Und das zu akzeptieren ist sehr wichtig Deshalb finde ich es auch gut Dass so Leute wie Marvin existieren Die sich jetzt nicht unterdrücken Oder ihre Meinung verbieten lassen Im Endeffekt weiß man dann Dass diese Meinung etwas wert ist Und jetzt eine abschließende Frage An den guten Marv Bro Do you enjoy your fries? Hobie Dobie? Kommen wir zu Interessante Welt Mit 99.200 Abos Kennt ihr diese Kanäle Die ihr mega gerne zum Einschlafen guckt? Bei mir ist es dieser Entspannte mystische Atmosphäre Mit spannenden Themen Befördern mich so gut wie immer Innerhalb von 10 bis 15 Minuten In den nächtlichen Behutsamen Schlaf Kommen wir zu Mazak Beziehungsweise Digga, aber Warte mal Diese Linien Die müssen doch irgendeinen Sinn haben Oder nicht? Weil an sich Die Linien hier sind ja immer gleich Und die Die fängt ja auch immer An der gleichen Stelle an Das heißt Es muss ja irgendwas Irgendeinen Sinn geben Weil die Linien sind ja immer genau gleich Also es muss ja irgendeine Irgendeine Größe von Abonnenten geben Die das zeigt Oder er hat die Linien nicht richtig gemacht Oder bin ich dumm Also die fangen ja genau an der gleichen Stelle an Und die sollten ja genau den gleichen Abstand haben Also 1000 Abonnenten sind ja immer eine bestimmte Größe quasi Die da drauf kommt Stimmt Die ersten zwei sind extra größer Vielleicht damit man was sieht Und es sind immer 25.000 Das könnte sein Weil der ist ein bisschen höher Der ist ein bisschen niedriger 25, 50, 75, 100 Ja man immer 25 Nur der Anfang passt nicht Ja okay Digga Rätsel gelöst Mathe sechs Sätzen Seinem Zweitkanal Mazdako Mit 159.000 Abos Er ist eine Art Reaction YouTuber Mit Meinungsblogger Elementen Das Ding ist aber Er versucht so gut wie immer fair zu bleiben Auch wenn er mal eine Person Oder Gruppierung nicht mag Das Gute an diesem Kanal ist Dass er Themen komplett durchmix Und so viel jedermann was dabei ist Mal ist es ein YouTuber Beef Mal geht's um Rap Mal um Rockerkriege Und mal um was ganz ganz anderes Diese Diversität Geht auch 25k oder 25, 25, 50, 75 Ne Hä Ja das macht wirklich überhaupt keinen Sinn Es wird auch generell keinen Sinn machen Weil Wenn ich jetzt Wenn jetzt Kuchen dir vorkommt Mit einer Million Oder ABK oder Unge Digga Das sind ja gar nicht gezeigt Mann das Friggert Wenn du das siehst Bitte schreib mir Warum du dich nicht daran gehalten hast Und mach das bitte das nächste Mal Und ordne dir auch bitte nach Abonnenten Man Hält mir sehr gut Und daher schaue ich auch regelmäßig Bei ihm vorbei Der nächste auf der Liste Ist meine Wenigkeit Äh Ja bei Mastag Muss ich halt sagen Also ich finde Ja es tut mir leid Das jetzt auch so hart sagen zu müssen Ich finde die Videos halt einfach Schrott Also Ähm Keine Ahnung Ich kann es mir halt einfach nicht geben So ne Der übrigens sehr oft komische Aussagen In seinen Videos Ich habe ja auch schon ein, zwei Videos Gegen ihn gemacht gehabt Ähm Ich habe das Gefühl Auch sehr oft Macht er so emotional geladene Videos Auch bei Reactions und so Ne Dass der da irgendwas sagt Was jetzt einfach Was einfach so unüberlegt ist Sag ich mal Hat ja zum Beispiel mal über Über Äh Über Pädophile da Von Äh Von Leroy Will's Wissen So ein Video gemacht Da habe ich dann ja drauf geantwortet Weil der da wirklich komische Aussagen gebracht hat Ne Und auch so Weiß ich nicht Ich kann mit dem Kanal Und mit ihm als Person Wirklich nichts anfangen Was ich wie gesagt Eigentlich sogar sehr sehr schade finde Weil Ähm Ähm Weil er Äh Ich überlege gerade Weil ich gucke hier gerade mal Er hat Video hochgeladen Da sage ich was zu Ähm Ich fand ihn bei der Gamescom Vor zwei Jahren Die letzte die noch gewesen ist Fand ich ihn ziemlich Ähm Sympathisch auf jeden Fall Ne Ich habe da auch seine Frau kennengelernt gehabt Ähm Und das war eigentlich ganz cool Ne Wir haben ein bisschen getalkt Wir haben da gechillt Auch mit seinem Bruder Das war eigentlich tatsächlich halt voll korrekt So Und ich finde auf YouTube verkaufte sich halt Auch viel zu asozial Und viel zu emotional geladen Sag ich mal Weil ich glaube an sich Könnte der halt auch Ganz gute Videos machen Aber ich weiß nicht Ob der Da einfach zu wenig Zeit reinsteckt Oder sonst irgendwas Aber das ist halt Schon weird Oder jetzt zum Beispiel auch Ich sehe halt wie das neueste Video irgendwie Hat Kurede vor uns belogen Ein paar letzte Worte dazu Gut ich habe es jetzt natürlich nicht gesehen Aber Ähm Ja Wahrscheinlich halt Also er reagiert auf dieses Oxcut Video da Was Wo ich auch gestern drauf reagiert habe Was halt einfach wieder lächerlich war Weiß ich nicht Also ich fühle den halt einfach nicht Mit 187.000 Abonnenten Was soll ich großartig über mich sagen Ich bin ein Anime YouTuber Der gerne YouTube Videos schaut Hauptsache es hat nichts mit Anime zu tun Denn wenn man selber immer Videos dazu macht Hat man irgendwie keinen Bock In seiner Freizeit jetzt Wirklich Sich Ja gut Das ist das erste Video was ich von ihm sehe Aber finde ich eigentlich ganz cool Ist halt so entspannt zu gucken auf jeden Fall Mit abzugeben Danke an alle die mich bisher unterstützen Und danke für diese besondere Abonnentenzahl Wie viele hat er jetzt Ich finde das nochmal auch cool so zu gucken Okay wir haben die sich entwickelt gehabt in der Zeit Es ist jetzt ja ein Monat her Ja gut 3000 Abonnenten gemacht Ich denke mal als Anime YouTuber Ist das wahrscheinlich ganz gut schätzig Mastak zum Beispiel hat Auf 4000 gemacht sogar Bei dem wird auch wieder ein bisschen nach oben Wobei der Ja gut Klickdechnisch läuft bei dem sogar Eigentlich ganz okay Ich noch damit abzugeben Danke an alle die mich bisher unterstützen Und danke für diese besondere Abonnentenzahl Der nächste ist André Miguel Mit 194.000 Abonnenten Wenn ihr einen Strafverteidiger braucht Geht zu ihm Er hat schon diverse Leute aus dem Knast geholt Ich glaube er hat schon sehr viele Rapgrößen Aus dem deutschen Hip-Hop Bereich vertreten Und das ziemlich gut Sein Kanal dreht sich rund um Jura Und alles drum herum Was mit Justizie in Verbindung gebracht werden kann Zum Beispiel setzt er sich mit der Frage auseinander Ob Gefängnisse heutzutage noch zeitgemäß sind Was eine sehr interessante Frage ist Wenn man genau darüber nachdenkt Und seien wir mal ehrlich Wenn er den Richter nicht mit Worten überzeugen kann Dann verprügelt er ihn einfach mal Guckt euch mal seinen Buddy an Stabilster Anwalt Deutschlands Kommen wir zu Ja den Haben wir jetzt noch keine Videos angeguckt Aber So Videos über so Rechte und so weiter Finde ich sehr cool Aber Mimi hat den auch mal reingemacht Da war der auf jeden Fall ganz cool Ja weißt du Das sind glaube ich auch YouTuber Die ich eigentlich mal abonnieren sollte Aber halt irgendwie nicht tue Wer im Raum Okay Sorry dass ich dein Intro jetzt kurz benutzen musste Aber ich glaube er kann dich halt am besten vorstellen Saschkas Videos sind für alle Was die mal Klarheit zum Thema Yo Okay jetzt will ich tatsächlich mal gucken Wie viel hat die eigentlich heute Weil die hat ja auch mega Hype gehabt irgendwie dieses Jahr ne Die schon die 500k 468.000 6.000 Immerhin Es gibt nämlich viele dubiose Influencer Die euch jeden Dreck andrehen wollen Mit deren Code kriegt ihr ja wunderbare 30% Das nicht alles immer so clean und easy ist Zeigt euch Saschka in ihren Videos Auch nimmt sie die Firmen gerne unter die Lupe Und zeigt euch welche vertrauenswürdig scheinen Und welche eben nicht Beziehungsweise sie zeigt euch einfach Welche Anfragen sie abgelehnt hat Und aus welchen Gründen Saschka bespricht aber auch viele weitere Themen Checkt sie gerne mal ab Der nächste ist Ruffy mit 519.000 Abonnenten Ja also ich persönlich finde Saschka auch sehr sehr cool Wir gucken ja auch quasi jedes Video was ihr macht Klar gibt es jetzt auch mal ein, zwei Themen Wo ich jetzt sage Ja okay finde ich langweilig Sondern sich aber halt auch eine gute Meinungsbloggerin Ich glaube die ja auch erst dieses Jahr irgendwie entdeckt Zu diesem Buddyshaming Thema irgendwie Und ja seitdem gucken wir eigentlich fast jedes Video Also ich bin zufrieden Abonnenten Gut wenn das Video draußen ist Hat er bestimmt nochmal 6.000 bis 7.000 mehr Ruffy macht ebenfalls Anime Videos Am meisten gehen dabei glaube ich Seine In-Minuten-Videos ab Ich weiß nicht wieso Aber so gut wie in jedem Video schreibt mir jemand in die Kommentare Hey mach mal ein neues In-Minuten-Video Und ich denke mir jedes Mal Das bin nicht ich Ich habe bisher noch nie so ein Video gemacht Ich glaube Ruffy ist im deutschen Anime-Markt Somit der gehypteste YouTuber Wenn man seinen Abo und Klickwachstum mal anschaut Und ich frage mich jedes Mal Wie zum Teufel schafft man so viele Videos zu produzieren? Da bin halt leider nicht im Thema Anime so drin Deswegen gucke ich da auch keine Weil ich gerade mal ein Video die Woche hinkriege Ich glaube einfach ich brauche ein paar Cutter Und Leute mit Anime-Ahnung in meinem Team Also wer Bock hat ein Teil des Teams zu werden Schreibt mir gerne mal an Wie dem auch sei Ruffy wirkt sehr sympathisch Also checkt ihn gerne mal ab Kommen wir zum nächsten Bruder Der mit 807.000 Abonnenten So viele Menschen vor ihrem Verderben gerettet hat Ich meine wir kennen es alle Es geht um unsere Zukunft Es ist mit Eines der wichtigsten Dinge Okay Wen könnte er meinen? Den alles entscheiden kann Und was machen wir? Wir verschieben es und verschieben es Und verschieben es und verschieben es Okay wer könnte das sein? Daniel Jung Doch der Termin rückt näher Und unser schlechtes Gewissen bringt uns fast um Ist das ein bisschen to go? Wir versuchen nochmal alles zu retten Und suchen auf YouTube nach Hilfe Und auf einmal taucht dieses Gesicht auf Mit allen Antworten zu unseren Fragen Es ist Daniel Jung Unser geliebter Mathe-Nachhilfelehrer Ganz ehrlich Wer hat nicht schon mal ein Video von ihm gesehen? Wenn ihr aber auch demnächst einen Friseurtermin habt Und nicht wisst Wie ihr eure Haare schneiden wollt Dann kann er euch natürlich auch helfen Aufpassen Einerseits wenn es nicht immer so schön ist Null einsetzen Sondern wenn der Übergang an einer anderen Stelle ist Und wenn als Zusatz eventuell noch kommt Dass der Übergang ohne Krümmungsruck ist Oder dass wir einen Krümmungswechsel haben Zum Beispiel von Linkskrümmung Nach Rechtskrümmung Oder anders genannt Schlicht und einfach Eine Wendestelle Wenn ihr danach nicht so ausseht Weiß ich auch nicht Naja gut Daniel Jung hat vielen den Arsch gerettet Doch bei einigen kam jede Hilfe zu spät So wie bei diesem Bruder hier Wer ist auch hier, weil sie morgen in der Arbeit schreibt? Update bin sitzen geblieben Geil Ist sogar echt bearbeitet Ja Okay Kommen wir zu Jumbroke Mit 826.000 Abonnenten Auf seinem Hauptkanal Den er immer noch aktiv führt Auch krass Aber jetzt mehr Fokus Auf seinem Live Channel Mit ca. 418.000 Abos legt Früher bekannt für sowas Und jetzt macht er halt richtig Business Mit seiner Marke DYDS Und seinem Suchti Eistee Ich bin noch nicht dazu gekommen Sein Eistee zu probieren Kann mir aber gut vorstellen Dass dieser sehr lecker ist Ich werde es auf jeden Fall noch nachholen Und bin sehr gespannt Kommen wir zu Simpli Ja ich weiß nicht Also mit Jumbro kann ich halt auf jeden Fall Nicht so viel anfangen So ich glaube das ist Vielen klar Also an sich so die Reise-Vlogs Ich habe da mal so ein, zwei Sachen Auf jeden Fall geguckt Die fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht Um ehrlich zu sein Die fand ich jetzt sogar Relativ unterhaltsam Aber auch Ja muss ich natürlich sagen Bei diesem APK-Thema Ist natürlich halt komplett voreingenommen Obwohl er mir ja auch vorwirft Dass ich einfach ein Video Gegen ihn gemacht habe Bei der Dubai-Sache Weil wir ja eigentlich cool sind Ja cool genug Dass er aber loyal zu mir steht Oder dann neutral Bei der Sache bleibt Wenn er anscheinend mit beiden cool ist Ist halt auch wieder nicht gegeben Sehr komische Vorstellung Auf jeden Fall Ähm Ja was so Was so diese Meinungen halt so angeht Kann ich halt einfach mit ihm Überhaupt nichts anfangen Ich denke das wundert halt auch niemanden Ähm Gucke jetzt auch seine Videos nicht Ich verfolge die auch nicht Um ehrlich zu sein Ähm Ich habe aber auch nichts gegen ihn Ist halt einfach ein YouTuber Der Videos macht Ist mir egal So Ne Keine Ahnung Kann er halt machen Ähm Wie gesagt Seine Reise-Vlogs Auf jeden Fall Ganz cool Und heftiger Geschäftsmann Auf jeden Fall Das muss man sagen Also einfach einen eigenen Eistee rausbringen Klar macht er nicht alleine Hat noch Leute im Hintergrund Das muss man dazu sagen Aber trotzdem auch So einen Eistee rauszubringen Oder auch die Klamottenmarke Die so weit ich weiß Die so weit ich weiß Tatsächlich relativ gut läuft Ist halt schon Ist halt schon krass Auf jeden Fall Ein guter Geschäftsmann Muss man sagen Fizzissimus Diese Boys haben immer wieder Richtig interessanten Content Junge Ich kann doch nicht viel mehr dazu sagen Deren Content Interessiert mich einfach Jedes Mal aufs Neue Es kommt halt wirklich So gut wie nie vor Dass ich mal ein Video Von diesen Jungs verpasse Kann ich nur empfehlen Kommen wir zu ABK Mit 1.090.000 Abonnenten Also wenn es ums Thema Beef geht Dann scheiß sich der gute ABK Nicht mitzumischen Da werden auch mal Die dreckigen Tricks ausgepackt Um seine Gegner Richtig bloßzustellen Also ich finde ABK Sehr unterhaltsam Und kann ihm mir sehr gut geben Vlogs sind jetzt So gar nicht mein Ding Aber wenn er mal Über ernste Themen spricht Oder mit jemandem Beef hat Ja dann bin ich auch direkt am Start Ich finde er verpackt Seine Videos sehr oft Sehr witzig Und in der letzten Zeit Gab es sowas von viel Beef Mit gefühlt jeden Ich will halt mal gar nicht Anfangen aufzuzählen Was nicht alles war Ich bin vielleicht nicht Mit jeder Aktion von ihm einverstanden Aber der Typ ist erwachsen Und weiß schon was er tut Und bevor ich hier gefragt werde Ja ich habe Abitur Ich habe sogar Mathe studiert Und bin nicht komplett hängen geblieben Also darf ich hier über ABK sprechen Okay Obwohl der freiwillig Mathe studiert Ist irgendwie schon hängen geblieben Also geht der Punkt doch an euch Ja ich weiß nicht Was soll ich da zu großartig sagen Also ich feiere ABK natürlich halt überhaupt nicht Ich finde ihn sehr lächerlich Mein Positiv muss ich auf jeden Fall anmerken Dass ich die Also er kann unterhaltsame Videos machen Ich fand auch so die Die Reise-Vlogs die er gemacht hat Irgendwie in Japan und Co Fand ich tatsächlich teilweise halt Relativ gut gemacht So da will ich gar nichts gegen sagen Finde aber viele seiner Einstellungen Einfach halt super weird Und ja gut Es ist halt tatsächlich so wie er sagt Also der scheißt ja einfach komplett drauf Und versucht halt sehr oft einfach den Ruf der anderen kaputt zu machen Was ich ja auch schon an eigenem Leibe auf jeden Fall erfahren musste Jetzt irgendwie Dass der irgendwie alte Sachen mit meiner Freundin rausholt Oder irgendwelche Islam-Song-Sachen oder sonst irgendwas Was halt einfach unnötig ist Aber er weiß natürlich wie seine Community funktioniert Und das merke ich auch in den DMs Oder auch hier im Chat Wo ja immer noch Leute halt reinkommen Ich persönlich finde es halt einfach Natürlich trotzdem sehr sehr lächerlich Ja sonst kann ich aber glaube ich nicht so viel dazu sagen Ich finde er ist sehr sehr doppelmoralisch unterwegs Bringt sehr weirde Aktionen Gerade dieses Jahr super komische Sachen gemacht Und ja wird jetzt wenige wundern Ich kann ja mit ihm gar nichts anfangen Zieht meiner Meinung nach einfach wirklich Super dumme Leute an Und gerade dann ist es halt noch gefährlicher Irgendwie durch manipulierende Strategien Zu versuchen den Ruf eines anderen kaputt zu machen Weil ja dumme Leute neigen halt dazu Zu beleidigen, zu bedrohen, sonst irgendwas zu machen Mir ist natürlich noch nichts passiert In den vier Jahren Beef mit ABK Aber trotzdem ist es natürlich sehr gefährlich Und ja weiß ich nicht Also dadurch dass der irgendwie 30 ist Wirkt er halt auch bei vielen Sachen Die er online so sagt oder tut Nicht wirklich sehr reif Oder er macht es halt sehr unüberlegt Wie gesagt meine Freunde geht ja rechtlich gegen ihn vor Ich finde den halt einfach lächerlich So ne was erwartet ihr So aber eigentlich kann er gute Videos drehen Muss ich auch, sag ich auch ganz offen Digga Da hab ich auch kein Problem mit So eine Reise-Vlogs Digga fand ich eigentlich ganz cool Aber viele andere Sachen sind schon eher unangenehm Und was für ein Zufall aber auch Der nächste ist KuchenTV mit Geiler Typ Also KuchenTV wirklich heftiger Typ Kommt mal 2-3 Millionen Abonnenten Der Typ hat auch gefühlt eine Million weitere Kanäle Die alle super laufen Ich verfolge ihn schon sehr sehr lange Und dann ist seine Entwicklung hat sich ins Positive Ja 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 Digga Keine Ahnung ob die jetzt super laufen Liebe geändert Denn früher mit diesem ganzen schwarzen Humorzeugs Ja fand ich halt kritisch Ich bin ehrlich Ich persönlich feiere auch schwarzen Humor extrem ab Bin aber der Meinung Ja Digga bei mir ist die Musik vom Vom Buh-Kampf da mit der Mit der Genki-Dame alter heftig Dass das jetzt nicht so klug wäre Das vor einem Millionenpublikum zu bringen Manche Dinge sind halt einfach für die Öffentlichkeit Nicht gemacht Und sollten eher im Freundeskreis Beziehungsweise Privaten stattfinden Da es einfach viel zu viele Thematiken gibt Die fremde Personen zu ernst oder beleidigend aufnehmen könnten Deshalb hut ab Dass du sowas nicht mehr bringst Und dich damit anscheinend auseinandergesetzt hast KuchenTV ist oft sehr polarisierend Aber Ja also da stimme ich ihm auf jeden Fall zu Also früher habe ich schon echt super viele Videos gemacht Die ja wirklich sehr sehr weird gewesen sind Wo ich auch Aussagen gebracht habe Wo ich auch heute sage Alter das ist schon wirklich schlimm Was ich damals gemacht habe Ja man entwickelt sich aber auf jeden Fall einfach weiter So ne Und mein Problem ist halt Was natürlich auch super für ABK ist Ist dass ich halt früher sehr viel Scheiße gebaut habe Ähm Dass ich früher einfach super cringe gewesen bin Dass ich mir sehr viele Ausrutscher erlaubt habe Aber es damals auch Also man In der damaligen Manusblogger Szene War ich halt einfach halt mit drin Da hat auch keiner irgendwie was kritisiert Da war man Da war es irgendwie auch cool Andere auch zu beleidigen Fertig zu machen Oder halt so Haha lol schwarzer Humor zu benutzen Ähm Bin aber Also finde ich auf jeden Fall halt cool Na dass man sich halt selber auch weiterentwickelt hat In all den Jahren Und äh Sowas heutzutage halt einfach nicht mehr macht Ne Und einfach daraus halt gelernt hat Das finde ich ist halt einfach das Wichtige Was man da auf jeden Fall mitnimmt Aber ob man ihn mag oder nicht Es gibt eine Sache Wo ich wirklich sagen muss Dass er vollsten Respekt dafür verdient hat Es gab nämlich eine Zeit Das müsste ungefähr bei 6.000 bis 700.000 Abonnenten bei ihm gewesen sein Da wurde sein Kanal für circa ein Jahr Von YouTube einfach aus dem Partnerprogramm geschmissen Sprich der Boy hatte jetzt keine Möglichkeit Mit YouTube Werbung Geld zu verdienen Trotzdem hat er nicht mit YouTube aufgehört Und hat hart geackert Ob jetzt seine Product Placements ausreichend waren Um über die Runden zu kommen Oder ob er ansonsten keine weitere Perspektiven hatte Weiß ich nicht Dennoch Diese Hartnäckigkeit hat sich sowas von ausgezahlt Denn jetzt wo sein Kanal wieder monetarisierungsfähig ist Läuft es besser denn je Und er hat fast den doppelten Abo Zuwachs In den letzten ein, zwei Jahren hingelegt Dafür fetten Respekt Denn ich kann safe sagen Dass nicht jeder so konstant Videos veröffentlicht hätte Wenn er oder sie in der Situation von KuchenTV gewesen wäre Der nächste Also danke auf jeden Fall für das Lob auf jeden Fall Ja man muss halt natürlich dazu sagen Also auf der einen Seite war es natürlich so Das wo mein Kanal dann halt auch gar nicht lieb Wie ich der Bus gemacht habe Dass ich mir schon selber gesagt habe So ey Digga das war dein Traum Du hast so lange gehustelt dafür Das soll jetzt nicht kaputt sein Man muss aber natürlich auch fairerweise dazu sagen Ich hatte auch keine Perspektive So ne ey ich sag Da hat ABK tatsächlich auch recht In seinem Video Da hat er ja auch irgendwie so gesagt Ja wenn jetzt YouTuber uns beiden weg wäre Ich hätte halt Abitur, würde studieren Du hättest halt gar nichts Ja absolut richtig Digga Ich hätte wirklich gar nichts Also ich würde dann wahrscheinlich bei Auron im Kiosk anfangen Irgendwie oder so Ist halt einfach so Ich hab ja keinen Plan B gemacht Oder sonst irgendwas Aber trotzdem wollte ich natürlich auch Also auch abgesehen davon Dass mein Kanal auf jeden Fall weiter Weiter halt läuft und so Und gut damals hatte ich ja tatsächlich auch noch Damals hatte ich ja auch tatsächlich Steuerschulden und so weiter Und ich hatte halt tatsächlich Glück Dass ich damals auch mit NordVPN viel zusammengearbeitet habe Also die haben ja jeden Monat halt ein Placement bei mir gebucht Und die haben mir teilweise wirklich den Hintern gerettet Muss ich ehrlich gesagt zugeben Also das war wirklich so Dass ich da Dass ich deswegen teilweise auch meine Miete und so Nur zahlen konnte Wenn die nicht gewesen wären Dann wäre es sehr sehr übel gewesen Auf jeden Fall Ja und das ist halt auf jeden Fall sehr sehr krass Ja und wie gesagt Aufgeben war sowieso keine Option Weil war halt sowieso mein Job Ich hatte ja Bock das zu machen Und halt krass auf jeden Fall Muss man überlegen Sondern damals habe ich noch so So Videos gemacht Wo ich so ein Bild einfach immer eingefügt habe Dann habe ich irgendwann diese Nanoleaf Dinger genommen Und jetzt habe ich einfach so ein eigenes Büro Wo ich Videos mache Das ist schon eigentlich voll krass Wenn man da so drüber nachdenkt Wie viel hattest du im Monat Ich glaube wo ich die Partnerschaft verloren habe Also mein Glück an sich war auf jeden Fall Dass genau zu dem Zeitpunkt KuchenTV Uncut angefangen hat zu laufen Also ich habe den genau einen Monat Bevor ich meine Partnerschaft verloren habe Habe ich den Kanal gestartet Auch das mega glücklich Und ich glaube da habe ich am Anfang so 3.000, 4.000 verdient Damit Placements vielleicht 8.000, 9.000 oder so Was jetzt sehr viel Geld ist Aber dadurch dass ich ja beim Finanzamt Noch Geld abstottern musste und so War das dann halt doch nicht so viel Und dann kamen auch immer wieder neue Kosten irgendwie dazu Dann waren ja irgendwelche Gerichtsprozesse Anwälte die bezahlt werden wollen Ja es war schon sehr hart auf jeden Fall Ich weiß noch genau wo ich wieder ins Partnerprogramm aufgenommen wurde Da dachte ich mir auch so Ja geil Endlich Heftig Bruder Ist MrWissen2Go Mit 1,61 Millionen Abos Moderiert von Mirko Der Typ ist einfach mega sympathisch Und vermittelt Wissen aus allen Bereichen Wer sich für Geschichte interessiert Er hat auch einen Zweitkanal namens MrWissen2Go Geschichte Wo er wichtige geschichtliche Ereignisse erklärt Was mit dem Finanzamt passiert Also damals einfach nicht gewusst was abgeht Naja doch Ja und das Ding ist Ich wusste eigentlich damals schon Dass ich so viele Steuern zahlen muss Ich hab damals aber irgendwie in dem Gedanken gelebt gehabt Naja okay Wenn meine Einnahmen halt weiter stabil laufen Dann kann ich ja einfach die Steuerzahlungen Immer von dem Geld einfach bezahlen Was ich halt dann bekomme Ich habe mit KuchenTV zu dem Zeitpunkt So 6.000 Euro verdient Und ich hab halt so gedacht Gut wenn jetzt die Steuern kommen Dann zahl ich halt in drei Raten das Geld weg Also halt meine YouTube Einnahmen weg Ich hatte ja nebenbei noch ein bisschen Twitch und so Dann hätte ich jetzt zwar auch nicht so viel Geld gehabt Aber hätte jetzt keine krassen Schulden jetzt gehabt Die ich dann über Monate hätte abstottern müssen oder so Und man hat sehr lange irgendwie so darin gelebt Einfach dass man jetzt das Geld nicht direkt zurücklegen muss Für die Steuern Sondern man macht es halt mal dann Oder man verdient ja auch immer mehr Das kann man damit dann halt einfach zahlen Was halt mega dumm ist Deswegen habe ich mich jetzt auch zum Beispiel Einfach von selbst halt hochstufen lassen Und zahl halt jetzt wirklich eine sehr hohe Fünfstellige Summe im Quartal Einfach an Einkommensteuer schon mal voraus Dass es halt weg ist Was ich halt auch sagen muss Ihr könnt ja mal sagen wie das halt bei euch ist Aber ich finde Wenn du viel Geld auf dem Konto hast Dann gibst du auch Also dann bist du viel leichtsinniger mit dem Geld Auch wenn es theoretisch gar nicht deins ist Weil ich weiß ja zum Beispiel Auch jetzt wenn ich Geld auf dem Konto habe Das meiste geht für die Steuern drauf Oder muss halt für die Steuern auch weg Jetzt vielleicht nicht alles Aber halt vieles auf jeden Fall Aber zum Beispiel bei mir war es damals so Bevor die Steuern gekommen sind Kann ich sagen Hatte ich glaube ich so 50.000 Euro auf dem Konto Und das ist ja halt wirklich eine ganze Menge so Und ich habe halt damals so gedacht Boah Digga ich brauche unbedingt diesen A7 Und habe ja mein Auto verkauft Habe mir den A7 dann geholt Ähm Wo ich dann irgendwie 8.000 Euro anzahlen musste Oder so Und dann hatte ich halt Nicht mehr genug Um die Steuern zu zahlen Oder das war dann gar nicht so viel Waren vielleicht 30.000 sogar nur Oder so Und ich hatte dann nicht mehr genug Um die Steuern zu zahlen Das wusste ich auch schon Während ich den A7 geholt habe Eigentlich dass es nicht reicht Aber ich dachte so gut Ja mein Einkommen bleibt ja halt so Dann wird ja schon nichts passieren Dann kann ich das ja einfach danach halt zahlen Auch halt ziemlich dumm Aber ich finde Wenn man halt viel Geld auf dem Konto hat Dann gibt man halt leichter mal was aus So aus Dummheit einfach Das war auch bei mir so Wenn ich jetzt Weiß ich nicht Wo ich meine erste Auch wo ich meine erste YouTube Auszahlung bekommen habe Und da hat man dann irgendwie mal Dumm Geld für irgendwas rausgehauen Ich weiß auch noch Da hatte ich gar nicht so viel Geld Aber da bin ich mal ein Wochenende Zu Manuel gefahren Da hatte ich noch kein Auto Und da ist Wohli halt nach Braunschweig gekommen Wir haben uns zusammen einfach Ein Audi A5 gemietet Bei Sixt auch komplett dumm Weil ich so dachte Ja mal wir brauchen jetzt ein geiles Auto Das ist heftig Und das hat auch einfach unnötig Geld geschluckt Und lustigerweise habe ich doch Einen Schaden reingehauen Ich bin Wohli in Nürnberg rausgelassen dann Und da bin ich einfach Mit dem Auto im Rückwärtsgang Gegen eine Laterne gefahren Props an mich auf jeden Fall Riesendelle drin 850 Euro einfach weg Ich hatte da Glück gehabt Weil meine Kollegen haben auch Ein Schaden an dem Auto Verdingst Wir waren nämlich einkaufen Haben das gefilmt Hier dieses In Kostüm Im Weiß gar nicht Edeka Im Kaufland Oder wie das heißt Und Da haben die einfach Den Einkaufswagen genommen Und wollten den ins Auto kippen Und dann sind die mit dem Einkaufswagen Gegen den Kofferraum gekommen Und da war ein riesen Kratzer drin Deswegen haben wir das dann geteilt Weil ich beides zahlen musste Aber irgendwie mehr als 850 Ging glaube ich nicht Das war mein Glück Weil auch das War echt schwer zu zahlen Ähm Aber auch da hat man dann direkt Irgendwie Geld unnötig ausgegeben Weil man dachte Och naja keine Ahnung Jetzt hat man ja ein bisschen Geld Und holen wir uns mal ein A5 Statt so einem günstigen Gold Für irgendwie 90 Euro Haben wir dann irgendwie 300 Euro gezahlt Absolut dämlich So braucht auch kein Mensch Aber ich finde Wenn du halt so mehr Geld hast Dann wirst du schnell mal leichtsinnig Halt auch mal Geld Für unnötige Sachen auszugeben Und aufschlüsselt Von Bildung kann man nie genug haben Daher ist dieser Kanal Sehr empfehlenswert Der nächste ist Monte Ja MrWism2Go Auf jeden Fall finde ich Auch super geiler Kanal Ich gucke ihn wirklich Sehr sehr gerne Ich habe ihn auch angefragt gehabt Wegen Kaffee und Kuchen Äh Der hat nämlich irgendwo Irgendwo hat der Kommentiert gehabt Ich glaube auf Twitter oder so Dass er noch nicht eingeladen worden ist Und stimmt Habe ich ihn tatsächlich noch nicht Habe aber Bock auf jeden Fall Mit ihm das zu machen Hat aber nicht geantwortet Weiß aber auch nicht Ob er es gelesen hat Auf Instagram Keine Ahnung Aber der hätte ich auf jeden Fall Bock drauf Finde ich sehr sehr cool Ähm Ich finde ihn sehr nice Ich finde auch Nicht nur sein Hauptkanal sehr cool Haben wir ja schön drauf reagiert Sondern halt auch so MrWism2Go Geschichte Ich habe so alle Videos Über dem was der so Zu Weltkrieg und Deutschland Und so gemacht hat Halt schon durchgesucht hat Timo Dankeschön für den Prime Sub Und heftig Also ich feiere den Kanal Wirklich mega 3,58 Millionen Abonnenten Ich muss ehrlich zugeben Dass ich Monte nicht regelmäßig verfolge Hier und da kriege ich halt einiges mit Genau wie in diesem Fall Jetzt das ganze Thema Rund um die Casino Sache Ich persönlich halte nichts von dem Casino Thema Und hätte mir gewünscht Dass er diese Kooperation Nicht angenommen hätte Gut war ja keine Kooperation Er hat ja nur damit gespielt Also war ja jetzt offiziell Des Weiteren finde ich schade Dass alles weggestreckt werden soll Was auf die Tanzverbot-Monte-Geschichte reagiert An sich ist Monte Von dem was ich bisher von ihm kannte Extrem cool drauf Und halt der typische Atze Mit dem er gerne um die Häuser zieht Ich hoffe einfach Dass mal demnächst Monte Sowas droppt wie Hey Jungs und Mädels Ich habe die Kooperation angenommen Weil ich dafür Einen fetten Batzen bekommen habe Ich möchte aber nicht Dass sie anfangen zu spielen So nach dem Motto Der Casino Betreiber Ist halt jetzt diesmal Der einzige Der Verlust gemacht hat Weil er Monte bezahlen musste Naja dann Monte will ja Aber dann mehr Geld Aber trotzdem Keine seiner Zuschauer Dennoch vorjährig oder nicht Glücksspiele Speziell Casino-Automaten etc Nehmen jeden auseinander Egal ob jung oder alt Das ist eine extrem gefährliche Sucht Die man gerne unterschätzt Ich habe auch schon des öfteren Eine Casino-Kooperationsanfrage erhalten Aber bei sowas Da antworte ich noch nicht einmal mehr Abgesehen von diesem Fauxpas Ist Monte ansonsten doch ganz cool Oder? Was sagt ihr? Kommen wir damit zu Unsimple Also ich finde auch Abgesehen jetzt von den ein, zwei Sachen Die da auf jeden Fall Jetzt so Vorfall Mit Casino und so weiter Finde ich eigentlich auch Dass er ein cooler YouTuber ist Ich habe ihn ja auch In Real Life kennengelernt Sehr sympathischer Typ Ich habe es auf jeden Fall gefeiert Wir haben ja Kaffee und Kuchen gedreht Auch sehr korrekt von ihm Dass er das gemacht hat Und mir die Chance gegeben hat Auch so Nischen-YouTuber mal zu pushen Ein bisschen schade Dass er auf seinem Hauptkanal nichts macht Kann ich aber auch verstehen Dass da jetzt halt eher krassere Videos kommen sollen Und der hat ja auch Zwei große Reaction-Kanäle Er hat den spontanen Black-Kanal Ja gut Irgendwann ist auch mal gut Muss man schon sagen Kann ich auf jeden Fall verstehen Aber ich feiere Montag auf jeden Fall Ne so Ich gucke jetzt seine Videos nicht Aber so als Person Eigentlich halt sehr cool Ja seine Doppelmoral Und Glücksspiel ist halt jetzt nicht so nice Aber abgesehen davon Ganz cooler Typ Obwohl ich persönlich auf längere Videos stehe Damit ich währenddessen entspannt essen kann Muss ich sagen Dass ich hier bei ihm Die kurzen Videos feiere Extrem unterhaltsam Und sorry Bro Aber du bist mir jetzt nicht so unsympathisch Wäre mal vielleicht angebracht Wenn du dieses Un am Anfang In Klammern setzt Denn ich glaube Es gibt genug Leute Die dich ziemlich sympathisch finden Zusammengefasst kann ich sagen Ich mag ihn Und finde cool was er macht Der letzte deutsche YouTuber für heute Ist ungespielt Mit wahrscheinlich über 3 Millionen Sehe ich genauso auf jeden Fall Und sympathisch auch Sympathisch auf jeden Fall Ja ich gucke jetzt seine Videos nicht aktiv Aber an sich halt sehr lustig geschnitten Kurzweilige Unterhaltung Für 3, 4, 5 Minuten Aber halt sehr hochwertig Jokes sitzen Finde ich nice Abonnenten Er hat 2018 seine Abonnentenzahl ausgeschaltet Und man kann daher nicht mehr sehen Ja ich glaube Ich glaube so viel hat er gar nicht Also er hätte ja mal irgendwann gezeigt Er hat wahrscheinlich so 3, irgendwas Millionen Aber ich glaube Er hat auch keinen krassen Zuwachs mehr Weil er momentan noch nicht wirklich im Hype ist So Kann ich mir nicht vorstellen Dass da viel Leute Wie viel er momentan hat Da er aber damals schon über 2,2 Millionen hatte Kann man jetzt 3 Jahre später Definitiv davon ausgehen Dass er die 3 Vielleicht sogar 4 Millionen geknackt hat Naja glaube ich nicht Jetzt wo der gute Unge So viel Aufrufe mehr macht als früher Und sein Kanal stetig durch die Decke So das Ding ist halt Was man halt nicht vergessen darf So klar Er hat relativ viele Klicks Aber ich glaube Ungespielt ist auch so ein Charakter Den kennt halt einfach schon jeder Und ich glaube Der hat seine Zielgruppe schon Schon abgefarmt einfach Ähm Da glaube ich nicht Dass der noch viel dazu kriegt oder so Ich meine selbst bei mir Würde ich es einfach mal in Frage stellen Ob ich irgendwann die 2 Millionen knacke Glaube ich persönlich halt nicht dran Ähm Da ich das irgendwann mal hinkriege Vielleicht irgendwann Wenn ich nochmal mein Konto Bisschen umstelle oder so Wenn ich mal längere Zeit Keinen Skandal habe Aber so Ich glaube irgendwann hat man so Seine Hauptzielgruppe Auf jeden Fall einfach abgefarmt So und dann geht halt einfach nicht mehr Ähm Und ich denke Bei Ungespielt ist es halt das gleiche Also 3 Millionen hat er Safe hat er glaube ich sogar mal gezeigt gehabt Oder Vielleicht hat er 3,2 Millionen oder so Aber der geht jetzt auch nicht krass ab Hat keinen krassen Hype oder so Der hat niemals nochmal 800.000 Abonnenten gemacht Kann ich mir nicht vorstellen Kann ich mir wirklich gut vorstellen Dass er die 4 Millionen geknackt hat Oder wirklich ganz kurz davor ist sie zu knacken Ich verfolge Unger jetzt nicht regelmäßig Aber ich feiere auf jeden Fall Seine Lachflakes extrem Von Grund auf ist er mir absolut sympathisch Nur fand ich halt eine Sache In der letzten Zeit von ihm Stagnieren ist auch an sich nichts Schlimmes Also es kommen mal Zeiten Da kriegt man halt mal was dazu Gibt Zeiten da verliert man halt mal was So cool Und zwar als ABK den Vorwurf gebracht hat Dass unsympathischTV Klicks kauft War sein Argument Ja und wenn Lass ihn doch Was juckt jetzt wen Ob er das macht oder nicht Ist doch seine Sache Ob er es faked Neben der Sache Dass ich das jetzt auch nicht so super toll Von ABK fand So ein Statement Einfach so zu droppen Muss ich aber auch ungefähr halten Dass dieses Argument Nicht wirklich so toll ist Denn wenn die Prankbros Leon Machère oder sonst wer Ihre Pranks gefaked haben Dann war der Weltuntergang angesagt Bei unsympathisch Wäre das aber nicht so schlimm Da wurde meiner Meinung nach Ein wenig mit zweierlei Maß gemessen Ich reagiere erstmal Family Life Best auf wenn ich da auch drin bin Und das fand ich jetzt nicht wirklich so fair Wäre cool wenn die beiden das klären Und sich aussprechen Wenn sie es nicht schon längst getan haben Denn diese Combo ABK und Unge Fand ich sehr unterhaltsam Alles in allem kann ich aber ansonsten sagen Dass Unge echt sympathisch ist Also ein ziemlich veganer Ehrenmann Yes Bros das war's mit diesem Video Falls es euch gefallen hat Lasst gerne eine Bewertung da Folgt mir auf den anderen Social Media Plattformen Danke fürs Zugucken Ich bin raus Ich melde mich Ja gutes Video Ja gutes Video Digga Konnte man sich auf jeden Fall halt geben Gar keine Frage Eigentlich ziemlich nice sogar Finde ich cool Weil es am Ende Finde ich hat das so ein bisschen Am Ende hat sich das ein bisschen gezogen Ich hätte so zwölf Minuten Video Hätte ich mehr gefeiert Aber ist auf jeden Fall Ja ganz cool Digga Konnte man sich geben Ich hätte aber mit Mit Power Level Gut so heißt wahrscheinlich sein Format Ich hätte mir halt gewünscht Dass er die Leute halt rankt irgendwie Weiß ich Ich wusste jetzt nicht Dass das die Abonnenten sind Das hätte ich auch ein bisschen gefeiert Wenn er jetzt gesagt hätte So weiß ich nicht Dem gebe ich 1000 Dem gebe ich 10.000 Das weiß ich halt so weiter Ihr wisst schon